Meine Strafe für Brainiacs Taten hatte unerwartete Konsequenzen. Sein Tod schaltete sein Schiffer, Millionen gesammelter Seelen vergingen. Ich wusste nicht, wie sie zu retten waren. Diese Tode entfesselten eine immense Wut, die meine Red Lanterns überwältigte und mich von Ismord vertrieb. Sie hätten mich getötet, ohne Crosselites eingreifen. Die emotionale Wesenheit zeigte Mitgefühl statt Wut, trotz meines schweren Fehlers. Ich verstehe nun, dass auch Emotionen Gleichgewicht brauchen. Die Wut der Red Lanterns straft Schwerverbrecher. Aber sie soll nicht die verschlingen, die Mitgefühl verdienen.